Die Ur-Abi-Bewegung war von 1879 bis 1882 eine nationale Volksbewegung der Jungägypter im osmanischen Vizekönigreich Ägypten. Ihren Namen erhielt sie von dem zum Kriegsminister Ägyptens aufgestiegenen Offizier Ahmad Turabi Pasha, auch Arabi Pasha genannt. Im Zuge der Niederschlagung des Aufstandes wurde Ägypten durch Großbritannien besetzt. Ursache, Ägypten gehörte im 19. Jahrhundert offiziell zwar noch zum Osmanischen Reich, hatte aber unter der Dynastie des Mohammed Ali eine relative Unabhängigkeit erlangt. Durch einige Verwaltungsreformen, eine starke Bautätigkeit sowie eine verfehlte Finanzpolitik stieg die Staatsverschuldung unter Vizekönig Ismail Pasha kräftig an. Zum finanziellen Ruin Ägyptens führte vor allem die Beteiligung an den Baukosten des Zuskanals. Schließlich stiegen die Schulden unter Ismail Pasha so an, dass der Staat 1876 nicht mehr imstande war, seinen Gläubigern die Zinsen zu bezahlen. Aus Staatsschulden von 3 Millionen Pfund Störling bei seinem Amtsantritt als Vizekönig waren inzwischen 100 Millionen Pfund Störling geworden. Schon 1875 war Ägypten faktisch bankrott. Die Besitzer der Anleihen wurden unruhig. Ismail musste unter anderem sein Bestand an Syskanal-Aktien an Großbritannien verkaufen. Am 24. November 1875 wechselten 176.602 Aktien für 3.976.582 Pfund Störling den Besitzer. Im Folgejahr richteten Frankreich und Großbritannien eine Kontrollkommission für die zerrütteten ägyptischen Finanzen ein. Für Großbritannien hatte der Souskanal eine enorme strategische Bedeutung. Durch seine Eröffnung hatte sich der Weg nach Indien, der wichtigsten britischen Kolonie um ca. 7000 Kilometer verkürzt. Frankreich hatte seit der Expedition Napoleons 1798 Interesse an Ägypten. Die Entwicklung unter Ismail ließ Ägypten tief in die Schuld der europäischen Großmächte geraten. Das nutzten jene, um Konzessionen von Ismail zu erpressen. In Alexandria wurde 1875 ein gemischter Gerichtshof gegründet, welcher die bisherige Konsulargerichtsbarkeit europäischer Mächte im Lande ablöste. Er entschied über Rechtsstreitigkeiten von Ägyptern mit Ausländern und Rechtsstreite der Ausländer untereinander. Das Gremium war mit europäischen und einheimischen Richtern besetzt. Dieses Mischsystem war bei den Einheimischen eine der unpopulärsten Maßnahmen. In das ägyptische Regierungskabinett wurden auf ausländischen Druck in der Brite Charles Rivers Wilson als Finanzminister und der Franzose Marquise de Blenieres als Arbeitsminister berufen. Bis 1878 geriet der Staat vollends unter internationale Finanzaufsicht. Verlauf Ismail Pasha, der sich einer weiteren Einmischung der Großmächte widersetzen wollte, löste 1879 die gemischte Regierung auf. Großbritannien und Frankreich bestanden aber auf der Wiedereinsetzung ihrer Minister. Als sich der Kedive angesichts der in weiten Lande steilen herrschenden Verdrossenheit dazu nicht bereit fand, wurde er auf Betreiben der europäischen Mächte am 26. Juni 1879 vom türkischen Sultan wegen Verschwendung zur Abdankung gezwungen. Sein Amt übernahm sein Sohn Tafik, der sich den Wünschen der Mächte gegenüber willfähriger zeigte. Ab 1880 verwendete Ägypten die Hälfte seiner Staatseinnahmen zur Schuldentilgung. Für das Land bedeutete dies, hohe Steuerlasten, mangelnde Bezahlung der Beamten und Entlassungen von Soldaten und Offizieren. Gegen die internationale Kontrolle von Finanz- und Wirtschaftspolitik entwickelte sich deshalb eine Opposition um den obersten Ahmad Thurabi Pasha, die sich aus Offizierskreisen der Armee entwickelte und verschiedene soziale oppositionelle Gruppen vereinigte. Eine weitere Gruppe waren Großgrundbesitzer, die eine Beteiligung an der Macht forderten und sich gegen den Einfluss von Europäern in der Verwaltung wandten. Des Weiteren erfolgte eine Unterstützung durch verschiedene intellektuelle und muslimische Reformer. Die Bewegung wendete sich auch gegen die autokratische Herrschaft der Ismailts. Im Herbst 1881 kam es zu Unruhen im Land. Daraufhin musste der neue Kedive Tafik seinen Premierminister Riadz Pasha entlassen. Neuer Premierminister wurde Sharif Pasha, der eigentliche Herrscher wurde aber der im Februar 1882 zum Kriegsminister ernannte Ahmad Thurabi. Dieser forderte unter dem Motto Ägypten den Ägyptern die Abschaffung der europäischen Finanzkontrolle. Unter dem Druck der Briten und Franzosen setzte der Kedive am 22. Mai 1882 den inzwischen zum Pasha ernannten Urabi ab. Dies führte zum Abfall der Großgrundbesitzer und der europäisierten Bildungselite und zu deren Anschluss an den Kediven Tafik. In einem Volksaufstand riss Urabi Pasha aber die Gewalt wieder an sich und proklamierte sich zum Haupt der Nationalpartei. Von Juli bis September 1882 war er Premierminister. Britische Intervention Großbritannien verhielt sich anfänglich, trotz seiner umfangreichen finanziellen Verbindung mit dem Land eher zögerlich. Erst als Urabi eine eigene Armee aufgestellt, das ganze Land unter seine Kontrolle gebracht und die Verbindung nach Indien über den Suezkanal bedroht hatte, änderte der liberale britische Premierminister William Ewart Gladstone seine Politik. Am 11. Juni kam es in Alexandria zu blutigen Exzessen gegen die Ausländer. Einen Monat später, am 11. Juli 1882, beschossen britische Kriegsschiffe unter Admiral Zimo Alexandria. In der folgenden Nacht verließen die ägyptischen Truppen die Stadt, nachdem sie das europäische Viertel angezündet hatten. Am nächsten Tag landeten 600 britische Marineinfanteristen in Alexandria. Die Briten führten nun Truppen aus Gibraltar und von Malta heran und General Sir Archibald Elissen übernahm das Kommando. Am 6. August wurde eine Expedition entlang des Mahmoudi-Kanal unternommen und es kam zu einem Gefecht. Am 15. August 1882 erreichte der britische Oberbefehlshaber General Wulzilei Ägypten. Bis zum 19. August wurden britische Truppen entsandt, um eine weitere wirtschaftliche und finanzielle Durchdringung des Landes und vor allem die Kontrolle über den Suezkanal sicherstellen zu können. Wulzilei beauftragte General Hamley einen Angriffsplan auf Abukir auszuarbeiten. Da aber auch Oabi mit einem Angriff auf Abukir rechnete, setzte Wulzilei Hamleys Division dort ab und segelte mit dem Rest der Armee weiter nach Ismailia. Am 28. August kam es bei Masama zu einem Kampf zwischen 2000 Mann unter General Gerald Graham und 10.000 Ägyptern. Am 10. September begann Wulzilei mit seiner Armee durch die Wüste nach Westen in Richtung Kairo zu marschieren. Auf dem halben Weg dahin traf er auf die Armee Urabis. Am 13. September wurde diese in der Schlacht von Tel Elkebia geschlagen und Urabi selbst gefangen genommen. Ur-Abi Pasha wurde durch die ägyptische Regierung zum Tode verurteilt, aber auf Drängen der Briten nach Ceylon verbannt. Am 14. September rückten die ersten britischen Truppen in Kairo ein. Folgen Ägypten blieb auch nach der Niederschlagung der Ur-Abi-Bewegung besetzt. Es kam zur britischen Herrschaft in Ägypten die bis 1922 Werte. Die letzten britischen Truppen verließen Ägypten sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings vermiet Gladstone eine offene britische Kolonialherrschaft und installierte mit Generalkonsul Evelyn Baring, dem späteren Lord Krummer, einem Berater, der den Kediven lenkte. In der Schlacht von Tel Elkebia wurde die ägyptische Armee vernichtend geschlagen. Am 20. Dezember 1882 wurde sie endgültig aufgelöst. Sie wurde nun unter dem Kommando eines britischen Oberbefehlshabers des Sierda neu aufgebaut. Die Wirren in Ägypten im Zuge der Ur-Abi-Bewegung und der Besetzung Ägyptens durch Großbritannien begünstigten die Ausbreitung der Idee des Madi. Mohammed Ahmad im ägyptisch besetzten Sudan. Der daraus resultierende Madi-Aufstand gilt als der erste erfolgreiche Aufstand eines afrikanischen Landes gegen den Kolonialismus und führte am Ende des 19. Jahrhunderts zur Bildung eines eigenen Staates. Bis zur Ur-Abi-Bewegung und zum Madi-Aufstand gehörten Eritrea und Somaliland zu Ägypten. Durch den Verlust der Verbindung zu diesen Gebieten im Zuge des Aufstandes gelang es den europäischen Kolonialmächten, diese Länder zu besetzen.